Derby, also Spaß ist jetzt vorbei. Ich bin so am schwitzen. Macht ihr eigentlich auch Gegneranalyse? Bei Nürnberg brauchst du das eigentlich nicht viel machen. Die Augsburger Panther gegen die Nürnberg-Eistigers. Das ist nicht zu fassen. Turtle nicht aufgeben. Die Penny DEL Grillmeisterschaft. Die komplette Folge ab 12. August auf penny.de slash eishockey.